Freundinnen und liebe Friedensfreude, liebe Gäste, bei aller Freude auch darüber, dass wieder der Saal so gefüllt ist und viele bekannte Gesichter, aber auch neue da sind, muss ich doch sagen, ich bin sehr traurig, dass eben ein guter alter Freund Peter Stutinski nicht mehr bei uns ist. Das war nicht nur ein guter, kluger Freund, sondern es war auch ein Wissenschaftler von der Art, wie wir sie eigentlich viel mehr brauchen und er war die Seele dieses Friedensratschlages. Und wenn Anne Rieger sagt, wir wollen da weitermachen, dieses ist auch natürlich nicht nur im Teilmutssinn, sondern es ist einfach notwendig, so sage ich mir als alter Materialist, ja, es genügt eigentlich nicht, dass man jetzt den Bundesausschuss auffordert, um die Organisation auch weiter zu treiben, sondern wie wir in Hamburg sagen, da muss auch Butter bei die Fische sein. Und da bin ich nun dank eines Honorars in der Lage, was mir die Linksfraktion gestern versprochen hat, weil ich nämlich, insofern bin auch ich ein Kriegsgewinnler, ein Gutachten gegen diesen Krieg über die völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Illegitimität dieses Krieges machen kann. Ich möchte dieses Honorar, nicht viel, aber immerhin es sind 2.000 Euro, der Vorbereitung des nächsten Friedensratschlages widmen, spenden, weil das notwendig ist. Ich glaube nicht, dass durch unser Friedensratschlag nun plötzlich die Ideen und die Mentalität in der Politik unseres Landes geändert wird. Und ich darf der Linksfraktion hier auch damit ganz öffentlich danken, dass sie mir die Möglichkeit macht, die Friedensbewegung in diesem kleinen Beitrag zu unterstützen. Ich bin hier gebeten worden, über die UNO hat sie nun nach 70 Jahren ausgedehnt zu sprechen. Ich würde den Titel doch etwas anders formulieren, und zwar sozusagen Glanz und Elend der Vereinten Nationen. Denn selbst alle professionellen Festredner müssen feststellen, wenn sie natürlich nach 70 Jahren die UNO hochleben lassen wollen, da gibt es sehr, sehr viel zu kritisieren. Wenn wir uns das Kurs ansehen, sie ist umgangen worden im Jugoslawien-Krieg, permanent umgangen bei dem Palästina-Konflikt. Sie hat versagt selber im Rwanda-Völkermord, im Kongo den über 5 Millionen Toten dort. Sie ist missachtet worden beim Irak-Krieg, aber auch beim Libyen-Krieg. Und sie ist dann wiederum instrumentalisiert worden, auch in Libyen. Und jetzt wird es auch wieder instrumentalisiert im Syrien-Krieg. Dieses ist an sich ein Befund, der einen depressiv machen könnte, aber das dürfen wir bei diesem Anlass natürlich überhaupt nicht. Und insofern möchte ich in Erinnerung rufen, was vielleicht auch bei den Älteren in Erinnerung ist, aus den 60er, 70er Jahren, weil da was große Zeiten und eine große Epoche der UNO gewesen ist. Und daran dann auch einige Schlussfolgerungen. Das Erste ist, gehen wir einmal zurück, welches die Älteren ja alle noch können, die Jüngeren vielleicht nicht mehr, in die Zeit der Unabhängigkeitskämpfe, der Dekolonisierung der 60er Jahre. Als es in Afrika und in Asien sehr viele Kämpfe um die Unabhängigkeit von den kolonialen Mächten gibt. Ich will nur kurz eine Daten. 1961 wurde die Bewegung der nicht paktgebundenen, der sogenannten Blockfreien gegründet. Und 1964 dann die Gruppe der 77. Wir müssen uns vorstellen, 1945 gab es erst 51 Staaten in der UNO. Alle waren sie Kostgänger der USA und damit auch Stimmgeber für die USA. Dieses änderte sich im Laufe des Erfolges der Unabhängigkeitskriege. Und daran hat die UNO einen erheblichen Anteil. Denn im Jahre 1960 beschloss sie mit der Mehrheit aller, großen Mehrheit aller Stimmen, eine Resolution, die berühmt geworden ist. Die sogenannte Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völkern. Ich will kurz nur einen Punkt oder zwei Punkte daraus zitieren. Da heißt es, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und verfolgen frei ihre wirtschaftliche und soziale kulturelle Entwicklung. Dann heißt es weiter, alle bewaffneten Aktionen oder Unterdrückungsmaßnahmen gleich welcher Art gegen abhängige Völker sind einzustellen, um diesen die Möglichkeit zu bieten, ihr Recht auf volle Unabhängigkeit, friedlich und frei auszuüben, die Integrität ihres nationalen Territoriums zu achten. Was für eine Aktualität hat diese Resolution immer noch. Und dann heißt es, jeder Versuch, die nationale Einheit und die territoriale Integrität eines Landes ganz oder teilweise zu zerstören, ist mit den Zielen und Grundsätzen der Charter der Vereinten Nationen unvereinbar. Das ist die berühmte Resolution 1514, die auch heute noch gilt. Und an ihr schließt sich dann auch an in den 60er bis in die 70er Jahre. Und vielleicht, die Älteren werden das noch erinnern, als Arafat 1974 die Möglichkeit bekam, in der UNO zu stimmen. Das war auch das Jahr, als die Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten den Befreiungsbewegungen die Möglichkeit und das Recht zu einem Kampf um ihre Unabhängigkeit zugestand. Natürlich gegen die Stimmen der alten Kolonialmächte, Aber dieses war die Legitimation all dieser Befreiungsbewegungen des Älteren der SWAPO, der PAINC in Guinea-Bissau, der FRELIMO in Mosambik, der MPLA in Angola und auch der PLO mit Gewalt, um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Und wir müssen sehen, der Erfolg war nicht nur der, dass diese allmählich alle in die UNO aufkamen und damit auch das politische Gewicht der UNO umkrempelten, sondern sie waren auch diejenigen, die den Kolonialbesitz auf eigentlich nur noch zwei Schandorte zu und Schandregionen zu begrenzen. Das ist einmal die Westsahara und zum anderen Palästina. Und es ist auch die Aufgabe der Friedensbewegung, auch bis zum Ende der Abhängigkeit dieser beiden Gebiete zu kämpfen. Das Ergebnis der Arbeit und der Unterstützung der UNO für diesen Befreiungskampf war dann in einer weiteren sehr bedeutsamen Resolution, im Grunde sozusagen die Magna Carta der UNO, die sogenannte Prinzipiendeklaration von 1970. Und das ist eine, die auch heute noch gilt, auch dort nur zwei Zitate. Jeder Staat hat die Pflicht, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Eine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt stellt eine Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen dar und darf niemals als Mittel zur Regelung internationaler Fragen angewendet werden. Und auch nur eine weitere aus dieser sehr umfangreichen, sehr demokratischen Resolution. Jeder Staat hat die Pflicht, die Organisation, Anstiftung oder Unterstützung von Bürgerkriegs- oder Terrorhandlungen in einem anderen Staat und die Teilnahme daran oder die Duldung organisierter Aktivitäten in seinem Hoheitsgebiet, die, die auf die Begehung solcher Handlungen gerichtet sind, zu unterlassen, wenn die in diesem Absatz gesendeten Handlungen die Androhung oder Anwendung von Gewalt einschließen. Diesen Absatz sollte man eigentlich einrahmen und der US-Administration übersenden. Es ist eine zweite Epoche, an die ich kurz erinnern will, die sich unmittelbar daran anschließt, denn mit der Unabhängigkeit ist zwar die politische Unabhängigkeit, aber noch nicht die ökonomische Unabhängigkeit erreicht. Und dieses war die nächste Aufgabe der UNO, die sie weit in die 70er Jahre hinein beschäftigte. Ich darf daran erinnern, 1964 schon, also mitten im Befreiungskampf, gab es die Gründung der UNCTAD, der UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, eine Organisation, die express ist verbis gegen das GATT, gegen das Freihandelsdogma des GATT, also sozusagen der herrschenden Wirtschaftsordnung gestellt wurde. Sie hat, im Grunde ist sie ein Forum gewesen zunächst und ist dann auch als Organisation, als ein Organ der Generalversammlung gegründet worden. Sie ist ein Organ der UNO, ein Forum zur Veränderung der internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Und 1974 war es dann soweit, nach vielen langen und sehr zählen Verhandlungen, dass verabschiedet wurde eine Erklärung über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Wer ändert sich heute eigentlich immer noch, wenn davon geredet wird, eine neue Weltordnung soll etabliert werden. Damals war das der Versuch, der mehrheitlich durch die UNO beschlossen wurde. Es gab ein Aktionsprogramm gegen den GATT, gegen den Freihandel. Und 1974, dann auch im Dezember, wurde die Charta der ökonomischen Rechte und Pflichten der Staaten verabschiedet. Ein Programm, man kann es heute sagen, ein keynesianisches Programm. Es war kein Sozialist, es war ein keynesianisches Programm, welches sich aber gegen das Freihandels-Dogma der damaligen herrschenden Milton-Friedman-Schule gestellt hat. Interessant sind die Abstimmungsergebnisse dieser Resolution der damaligen UNO. 120 Stimmen dafür, 10 dagegen und 6 nur, nein, 10 haben sich enthalten und 6 dagegen. Und interessant ist, wer dabei war. Das war natürlich die USA, das war Belgien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg. Herr Juncker lässt grüßen und die Bundesrepublik. Auch sie war im Kern. Und bei aller Kritik, die wir immer wieder an den USA, ja, sozusagen berechtigt auch treffen, dürfen wir nicht vergessen, auf ihrer Schleimspur und in ihrem Windschatten war immer die Bundesrepublik. Heute, wenn wir das heute sehen, weder das GATT noch die WTO noch gerade das TTIP hat in irgendeiner Weise irgendwie das wieder aufgegriffen, sondern diese Staaten, die sich enthalten haben und die dagegen waren, absolute Mendei, haben es geschafft, dass diese Wirtschaft, neue Wirtschaftsordnung, sozusagen im neoliberalen Sumpf wieder verschwunden ist. Und ich darf hinzufügen, dieses war nicht das Werk der UNO, sondern das war das Werk gewisser Staaten. Das darf man nie vergessen. Und dann noch ein letzter Punkt dazu, der auch sehr kontrovers gesehen wird, der aber notwendig in die Erfolgsgeschichte der UNO einzureihen ist. Und zwar ist das, dass es nach über 50 Jahren gelungen ist, nach 1945 endlich einen internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu etablieren. Dieses hat lange gedauert. 1998 gab es ein sogenanntes materielles Strafrecht, welches sozusagen die schwersten Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch Völkermord in den Katalog hineinbezogen hat. Und 2002 wurde dann ein internationaler Strafgerichtshof errichtet. Und dann, was auch ein großer Erfolg gewesen ist, 2010 in Kampala kamen alle Staaten wieder zusammen und haben jenen noch fehlenden Tatbestand, nämlich den Tatbestand der Aggression, der auch den Nürnberger Richtern so große Beschwerden gemacht hatte, um ihn zu definieren, nämlich den Angriffskrieg und ihn unter Strafe zu stellen. Dass das wiederum erst im Jahre 2024 oder so etwas geschehen wird, ist etwas anderes. Aber es ist ein Erfolg. Als Dialektiker darf ich darüber nicht hinweggehen, selbst wenn die größten Verbrecher, die wir haben, da immer noch nicht davor gestellt werden, nennen wir sie ruhig, von Kissinger über Bush, Rumsfeld, Cheney, Blair, bis hin zu Barak, Olmak und Zivilifli. Da hat dieses System ebenfalls versagt. Aber es ist ein System, welches immer, und das ist das Werk der UNO gewesen, was zur Verfügung steht. Und wenn sich die Situation politisch einmal ändert, so haben diese Leute bestimmt auch dann längst vor solch einem Gerichtshof. Und das ist meines Erachtens auch mit in der Erfolgsgeschichte. Und dort können wir wiederum sagen, nicht etwa die UNO hat ihren eigenen Strafgerichtshof kaputt gemacht, sodass es jetzt wieder nur aussieht wie ein afrikanischer Strafgerichtshof, sondern es sind die Staaten, die sich weigern, das zu unterschreiben. Und dazu gehören leider nicht nur die USA, Israel, sondern auch Russland, China, Indien und diejenigen, die eventuell immer im Kriegsgeschäft sind. Das ist der erste Teil. Lassen Sie mich jetzt ein weiteres, das letzte Kapitel, was eigentlich das ganze Elend und das traurigste Kapitel der UNO ist. Wir müssen es anschneiden, weil es absolut aktuell ist. Und zwar ist das der Syrienkrieg und was man dort mit der UNO macht. Ich möchte gerne an ein Zitat erinnern, welches nicht vergessen werden darf, was lange vor der UNO schon von Woodruff Wilson, dem amerikanischen Präsidenten, der damals den Völkerbund ins Leben rief, hier noch einmal in Erinnerung rufen. Dieses ist ein Zitat, was über den Völkerbund bis in die UNO und bis heute eigentlich Gültigkeit haben sollte. Er hat 1918 Folgendes gesagt. Die Errichtung einer Friedensorganisation, die es zur Gewissheit machen soll, dass die vereinte Macht freier Nationen jeden Angriff auf das Recht abwehren und dazu beitragen wird, Frieden und Gerechtigkeit größere Sicherheit zu verleihen durch Schaffung eines endgültigen Tribunals der Öffentlichkeit, dem sich alle unterwerfen müssen und durch dessen Vermittlung jeder internationale Vergleich seine Sanktionen erhält, der nicht durch friedliche Übereinkunft der unmittelbar betroffenen Völker erreicht werden kann. In einem Satz zusammengefasst sagte er, was wir suchen, ist die Herrschaft des Rechts, gegründet auf die Zustimmung der Regierten und tragen von der organisierten Meinung der Menschheit. Das war die Hoffnung im Jahre 1918 und bald ist es 100 Jahre her, dass wir nicht sagen dürfen, das war für ewig eine Illusion, sondern das ist nach wie vor unsere Aufgabe. Und deswegen zum Schluss noch einige Anmerkungen zu dem gegenwärtigen Krieg. Wir müssen klar sehen, dieses ist etwas, was die UNO und die UNO-Charta das ganze Völkerrecht vollständig beiseite lässt, mit dem gnadenlos Schlittenpferd. Ich will nur kurz einige Daten dazu sagen. Die Bundesregierung versucht, das zu begründen, einmal mit dem Verteidigungsrecht nach Artikel 51, einem kollektiven Verteidigungsrecht für Syrien und für Frankreich, zum anderen mit den Resolutionen aus dem Jahre 2014 und 2015. Demgegenüber ist Folgendes klar festzustellen. Es gibt ein kollektives Selbstverteidigungsrecht zugunsten Syriens, überhaupt nicht, weil Syrien niemals zugestimmt hat, eine solche Selbstverteidigung auf seinem Territorium gelten zu lassen. Man hat sich auch verweigert, überhaupt mit Syrien zu sprechen. Die USA hat immer gesagt, wir machen das, aber wir reden nicht mit denen. Und das ist nach dem Völkerrecht absolut unmöglich. Und man kann auch heute nicht sagen, wie es jetzt gegründet wird, ja, Syrien sei unfähig und auch unwillig gewesen, sich selber zu verteidigen. Wenn man gleichzeitig weiß, dass die USA öffentlicher gesagt haben, dieses Regime wollen wir beseitigen. Und sich jetzt darauf zu berufen, von einem Regime, welches man beseitigen will, mit Zustimmung für eine Intervention zu bekommen, ist eigentlich lächerlich. Das Zweite, es besteht auch kein kollektives Verteidigungsrecht zugunsten Frankreichs. Denn Frankreich hat kein militärisches Verteidigungsrecht. Denn die Terroranschläge in Paris können gar nicht dem syrischen Staat zugerechnet werden. Syrien hat den US nicht, und das ist der Unterschied zu 9-11 gegen Afghanistan, wie damals der afghanische Regierung, Al-Qaida und den Taliban, ein Safe Haven und ein Rückzugsgebiet gegeben. Das hat sie dem US nicht. Sondern sie hat gegen ihn gekämpft. Sie war ohnmächtig dagegen. Sie hat aber den Russen die Erlaubnis gegeben und die Zustimmung gegeben, militärisch vorzugehen. Das heißt, man kann einem Staat, der selbst das Opfer von Terroranschlägen ist, nicht sagen, derjenige ist sozusagen der Akteur, den man bekämpfen muss. Das ist absolut auch logisch schon unmöglich. Insofern hat Frankreich überhaupt kein Verteidigungsrecht gegen den IS in Syrien. Frankreich verbleiben da viele Möglichkeiten. Es kann die Attentäter verfolgen mit den nationalen Mitteln der Polizei, der Grenzkontrollen, der Strafverfolgung und ihrer Gerichte. Und es hat auch die Möglichkeit, Beistand der Mitgliedstaaten zu erreichen. Nur nicht über den Artikel, den sie wollen, um militärisch dort aktiv zu werden, sondern es gibt einen anderen Artikel, den Artikel 222, wo der Staat, der von einem Terroranschlag, und das ist direkt dort gesagt, das Opfer ist, den Beistand, Polizeibeistand, Gerichtsbeistand, Grenzbeistand der anderen Staaten bekommen kann. Das heißt, der Beistand, die Solidarität, unter der die Bundesregierung ja ihren Militäreinsatz sieht, hätte sie über den Artikel 222 des EU-Vertrages immer auch mit polizeilichen und anderen Mitteln machen können. Schließlich beruft sie sich auf diese Resolution 2249 und meint, diese würde den Einsatz der Militärs, der Bundeswehr ermächtigen. Das ist vollkommen falsch. Schon wer den Wortlaut genau liest, sieht, dass hier überhaupt nicht von irgendeiner militärischen Maßnahme stehen, sondern wie auch die anderen Resolutionen 2170 und 2099, auf die sich die Bundesregierung stützt, sprechen die lediglich von all den Maßnahmen, die man im Artikel 41 hat, nämlich das sind polizeiliche Maßnahmen, das sind zivile Maßnahmen, das sind die Maßnahmen, die eine Regierung im Inneren hat. Erst der Artikel 42 erlaubt Maßnahmen militärischer Art zwischen den Staaten, nur in allen drei Resolutionen ist davon überhaupt nicht der die Rede. Nicht richtig ist, was ich manchmal höre, dass diese Resolutionen sich nicht auf dieses berühmte Kapitel 7 stützen. Das tun sie, aber eben nicht auf den Artikel 42, der militärische Maßnahmen ermächtigt, sondern auf Artikel 41, ganz ausdrücklich, der nur zivile Maßnahmen umgeht. Insofern, wenn man sich das genau ansieht, ist jedem widrig. Sie hat weder ein kollektives Verteidigungsrecht nach Artikel 51, noch hat sie eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats und deswegen kann sie sich auch gar nicht auf das Grundgesetz, auf diese berühmten Artikel 24 oder 87a berufen, weil dort die völkerrechtliche Berechnung fehlt. Es ist sozusagen völkerrechtlich und auch verfassungsrechtlich widrig. Und ein letzter Punkt. Die Bundesregierung möchte ja immer dieses eigentlich als sozusagen eher als ein Solidarbeistand für Frankreich bezeichnet haben. Den Ausdruck Krieg, den will sie vermeiden. Den Ausdruck Krieg gibt es auch im Völkerrecht nicht, aber es gibt das Äquivalent, das heißt ein internationaler Konflikt. Und das ist es. Wir müssen sehen, der IS ist in der Zwischenzeit ja in zwei, sogar in drei Staaten tätig. Und zwar im Irak, in Syrien und allmählich auch in Libyen. Das ist eine internationale Kampfbrigade, eine Terrorbande, die international arbeitet. Und wer es genau wissen will, der kann aufzählen, dass es insgesamt 15 Staaten sind, die allmählich in Syrien intervenieren. Und zwar sieben NATO-Staaten und acht mit der NATO nicht verbündeten Staaten. Das heißt, dieses ist ein internationaler Konflikt, ein Krieg. Und nicht mehr ein nationaler Bürgerkrieg, wie es sonst, wie sie es gerne mögen. Und das sollte man auch so benennen. Man sollte sich nicht, sozusagen, davor verkneifen, auch das zu benennen, was man macht. Dieses ist ein Krieg. Es ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Und die Frage ist, was bleibt von der UNO, was bleibt von der UNO-Charta und was bleibt von dem Völkerrecht? Und wir müssen sagen, leider nichts. Aber wir müssen uns auch fragen, hat das eigentlich die UNO verschuldet? Und wir müssen sagen, nein. Auch dieses ist etwas, was die Staaten und einige Staaten ja nur verschuldet haben. Wir müssen sehen, dass die UNO letztendlich nur die Widerspiegelung der internationalen Machtverhältnisse unter den Staaten ist. Ich frage auch, sähe die UNO eigentlich besser aus, wenn zum Beispiel die USA oder Israel auch nicht mehr da drin wäre? Überhaupt nicht. Sondern das wäre die Weltsituation noch viel unberechenbarer, wenn nicht die zeitweiligen Kontrollmöglichkeiten durch die UNO nicht mehr bestehen. Das, was wir nötig haben, ist wohl, dass wir unsere Hoffnungen, unsere Illusionen, unsere Erwartungen und vielleicht auch unsere Paradiesbilder von einer funktionierenden UNO etwas revidieren müssen. Und wir müssen uns auch klar machen, diese UNO ist letzten Endes alternativlos, so hässlich dieses Wort ein wenig geworden ist. Aber, was sollen wir ohne die UNO machen, so wie wenn der Völkerbund zusammengebrochen ist? Sollen wir das alles der NATO übergeben, der EU? Oder sollen wir vielleicht auch einzelnen Staatslenkern wie Obama oder Putin? Ich würde sagen, Hände weg davon. Die UNO ist leider so schlecht sie ist. Aber wir sollen ihr nicht anlassen, dass andere mit ihr Schlitten fahren und dass andere sie missbrauchen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das ist das Verteidigungsrecht. Denn die Terroranschläge in Paris können gar nicht dem syrischen Staat zugerechnet werden. Syrien hat den US nicht, und das ist der Unterschied zu 9-11 gegen Afghanistan, wie damals der afghanische Regierung, Al-Qaida und den Taliban ein Safe Haven und ein Rückzugsgebiet gegeben. Das hat sie dem IS nicht, sondern sie hat gegen ihn gekämpft. Sie war ohnmächtig dagegen. Sie hat aber den Russen die Erlaubnis gegeben und die Zustimmung gegeben, militärisch vorzugehen. Das heißt, man kann einem Staat, der selbst das Opfer von Terroranschlägen ist, nicht sagen, derjenige ist sozusagen der Akteur, den man bekämpfen muss. Das ist absolut auch logisch schon unmöglich. Insofern hat Frankreich überhaupt kein Verteidigungsrecht gegen den IS in Syrien. Frankreich verbleiben da viele Möglichkeiten. Es kann die Attentäter verfolgen mit den nationalen Mitteln der Polizei, der Grenzkontrollen, der Strafverfolgung und ihrer Gerichte. Und er hat auch die Möglichkeit, Beistand der Mitgliedstaaten zu erreichen. Nur nicht über den Artikel, den sie wollen, um militärisch dort aktiv zu werden, sondern es gibt einen anderen Artikel, den Artikel 222, wo der Staat, der von einem Terroranschlag, und das ist direkt dort gesagt, das Opfer ist, den Beistand, Polizeibeistand, Gerichtsbeistand, Grenzbeistand der anderen Staaten bekommen kann. Das heißt, der Beistand, die Solidarität, unter der die Bundesregierung ja ihren Militäreinsatz sieht, hätte sie über den Artikel 222 des EU-Vertrages immer auch mit polizeilichen und anderen Mitteln machen können. Schließlich beruft sie sich auf diese Resolution 2249 und meint, diese würde den Einsatz der Militärs der Bundeswehr ermächtigen. Das ist vollkommen falsch. Schon wer den Wortlaut genau liest, sieht, dass hier überhaupt nicht von irgendeiner militärischen Maßnahme stehen, sondern wie auch die anderen Resolutionen 2170 und 2099, auf die sich die Bundesregierung stützt, sprechen die lediglich von all den Maßnahmen, die man im Artikel 41 hat, nämlich das sind polizeiliche Maßnahmen, das sind zivile Maßnahmen, das sind die Maßnahmen, die eine Regierung im Inneren hat. Erst der Artikel 42 erlaubt Maßnahmen militärischer Art zwischen den Staaten nur Volksgeschichte und dort können wir wiederum sagen, nicht etwa die UNO hat ihren eigenen Strafgerichtshof kaputt gemacht, sodass es jetzt wieder nur aussieht wie ein afrikanischer Strafgerichtshof, sondern es sind die Staaten, die sich weigern, das zu unterschreiben und dazu gehören leider nicht nur die USA, Israel, sondern auch Russland, China, Indien und diejenigen, die eventuell immer im Kriegsgeschäft sind. Das ist der erste Teil. Lassen Sie mich jetzt ein weiteres, das letzte Kapitel, was eigentlich das ganze Elend und das traurigste Kapitel der UNO ist. Wir müssen es anschneiden, weil es absolut aktuell ist. Und zwar ist das der Syrienkrieg und was man dort mit der UNO macht. Ich möchte gerne an ein Zitat erinnern, welches nicht vergessen werden darf, was lange vor der UNO schon von Woodruff Wilson, dem amerikanischen Präsidenten, der damals den Völkerbund ins Leben rief, hier noch einmal in Erinnerung rufen. Dieses ist ein Zitat, was über den Völkerbund bis in die UNO und bis heute eigentlich Gültigkeit haben sollte. Er hat 1918 Folgendes gesagt. Die Errichtung einer Friedensorganisation, die es zur Gewissheit machen soll, dass die Vereinte Macht freier Nationen jeden Angriff auf das Recht abwehren und dazu beitragen wird, Frieden und Gerechtigkeit größere Sicherheit zu verleihen durch Schaffung eines endgültigen Tribunals der Öffentlichkeit, dem sich alle unterwerfen müssen und durch dessen Vermittlung jeder internationale Vergleich seine Sanktionen erhält, der nicht durch friedliche Übereinkunft der unmittelbar betroffenen Völker erreicht werden kann. In einem Satz zusammengefasst sagte er, was wir suchen, ist die Herrschaft des Rechts, gegründet auf die Zustimmung der Regierten und tragen von der organisierten Meinung der Menschheit. Das war die Hoffnung im Jahre 1918 und bald ist es 100 Jahre her, dass wir nicht sagen dürfen, das war für ewig eine Illusion, sondern das ist nach wie vor unsere Aufgabe. Und deswegen zum Schluss noch einige Anmerkungen zu dem gegenwärtigen Krieg. Wir müssen klar sehen, dieses ist etwas, was die UNO und die UNO-Charta, das ganze Völkerrecht, vollständig beiseite lässt, mit dem gnadenlos slitten Pferd. Ich will nur kurz einige Daten dazu sagen. Die Bundesregierung versucht, das zu begründen, einmal mit dem Verteidigungsrecht nach Artikel 51, einem kollektiven Verteidigungsrecht für die Jugwirtschaftsordnung gestellt wurde. Sie hat, im Grunde ist sie ein Forum gewesen zunächst und ist dann auch als Organisation, als ein Organ der Generalversammlung gegründet worden. Sie ist ein Organ der UNO, ein Forum zur Veränderung der internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Und 1974 war es dann soweit, nach vielen langen und sehr zählen Verhandlungen, dass verabschiedet wurde eine Erklärung über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Wer erinnert sich heute eigentlich immer noch, wenn davon geredet wird, eine neue Weltordnung soll etabliert werden? Damals war das der Versuch, der mehrheitlich durch die UNO beschlossen wurde. Es gab ein Aktionsprogramm gegen den GATT, gegen den Freihandel. Und 1974, dann auch im Dezember, wurde die Charta der ökonomischen Rechte und Pflichten der Staaten verabschiedet. Ein Programm, man kann es heute sagen, ein keynesianisches Programm. Es war kein Sozialistisches, es war ein keynesianisches Programm, welches sich aber gegen das Freihandelsdogma der damaligen herrschenden Milton-Friedman-Schule gestellt hat. Interessant sind die Abstimmungsergebnisse dieser Resolution der damaligen UNO. 120 Stimmen dafür, 10 dagegen und 6 nur, nein, 10 haben sich enthalten und 6 dagegen. Und interessant ist, wer dabei war. Das war natürlich die USA, das war Belgien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, Herr Juncker lässt grüßen und die Bundesrepublik. Auch sie war im Kern. Und bei aller Kritik, die wir immer wieder an den USA, ja, sozusagen berechtigt auch treffen, dürfen wir nicht vergessen, auf ihrer Schleimspur und in ihrem Windschatten war immer die Bundesrepublik. Heute, wenn wir das heute sehen, weder das GATT, noch die WTO, noch gerade das TTIP, hat in irgendeiner Weise irgendwie das wieder aufgegriffen, sondern diese Staaten, die sich enthalten haben und die dagegen waren, absolute Mendei, haben es geschafft, dass diese Wirtschaft, neue Wirtschaftsordnung, sozusagen im neoliberalen Sumpf wieder verschwunden ist. Und ich darf hinzufügen, dieses war nicht das Werk der UNO, sondern das war das Werk gewisser Staaten. Das darf man nie vergessen. Und dann noch ein letzter, die jüngeren vielleicht nicht mehr, in die Zeit der Unabhängigkeitskämpfe, der Dekolonisierung der 60er Jahre, als es in Afrika und in Asien sehr viele Kämpfe um die Unabhängigkeit von den kolonialen Mächten gaben. Ich will nur kurz eine Daten. 1961 wurde die Bewegung der nicht paktgebundenen, der sogenannten Blockfreien gegründet und 1964 dann die Gruppe der 77. Wir müssen uns vorstellen, 1945 gab es erst 51 Staaten in der UNO. Alle waren sie Kostgänger der USA und damit auch Stimmgeber für die USA. Dieses änderte sich im Laufe des Erfolges der Unabhängigkeitskriege und daran hat die UNO einen erheblichen Anteil. Denn im Jahre 1960 beschloss sie mit der Mehrheit aller, großen Mehrheit aller Stimmen, eine Resolution, die berühmt geworden ist, die sogenannte Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völkern. Ich will kurz nur einen Punkt oder zwei Punkte daraus zitieren. Da heißt es, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung, Kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und verfolgen frei ihre wirtschaftliche und soziale, kulturelle Entwicklung. Dann heißt es weiter, alle bewaffneten Aktionen oder Unterdrückungsmaßnahmen, gleich welcher Art, gegen abhängige Völker sind einzustellen, um diesen die Möglichkeit zu bieten, ihr Recht auf volle Unabhängigkeit, friedlich und frei auszuüben, die Integrität ihres nationalen Territoriums zu achten. Was für eine Aktualität hat diese Resolution immer noch. Und dann heißt es, jeder Versuch, die nationale Einheit und die territoriale Integrität eines Landes ganz oder teilweise zu zerstören, ist mit den Zielen und Grundsätzen der Charter der Vereinten Nationen unvereinbar. Das ist die berühmte Resolution 1514, die auch heute noch gilt. Und an ihr schließt sich dann auch an, in den 60er bis in die 70er Jahre. Und vielleicht, die Älteren werden das noch erinnern, als Arafat 1974 die Möglichkeit bekam, in der UNO zu stimmen. Das war auch das Jahr, als die Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten den Befreiungsbewegungen die Möglichkeit und das Recht zu einem Kampf um ihre Unabhängigkeit zugestanden. Natürlich gegen die Stimmen der alten Kolonialmächte, Aber dieses war die Legitimation all dieser Befreiungsbewegungen des Älteren, der Gewalt zu unterlassen. Eine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt stellt eine Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen dar und darf niemals als Mittel zur Regelung internationaler Fragen angewendet werden. Und auch nur eine weitere aus dieser sehr umfangreichen, sehr demokratischen Resolution Jeder Staat hat die Pflicht, die Organisierung, Anstiftung oder Unterstützung von Bürgerkriegs- oder Terrorhandlungen in einem anderen Staat und die Teilnahme daran oder die Duldung organisierter Aktivitäten in seinem Hoheitsgebiet, die auf die Begehung solcher Handlungen gerichtet sind, zu unterlassen, wenn die in diesem Absatz gesendeten Handlungen die Androhung oder Anwendung von Gewalt einschließen. Diesen Absatz sollte man eigentlich einrahmen und der US-Administration übersenden. Es ist eine zweite Epoche, an die ich erinnern will kurz, die sich unmittelbar daran anschließt. Denn mit der Unabhängigkeit ist zwar die politische Unabhängigkeit, hat aber noch nicht die ökonomische Unabhängigkeit erreicht. Und dieses war die nächste Aufgabe der UNO, die sie weit in die 70er Jahre hinein beschäftigte. Ich darf daran erinnern, 1964 schon, also mitten im Befreiungskampf, gab es die Gründung der UNCTAD, der United Nations Conference on Trade and Development, einer Organisation, die express ist verbis gegen das GATT, gegen das Freihandelsdogma des GATT, also sozusagen der herrschenden Wirtschaftsordnung gestellt wurde. Sie hat, im Grunde ist sie ein Forum gewesen zunächst und ist dann auch als Organisation, als ein Organ der Generalversammlung gegründet worden. Sie ist ein Organ der UNO, ein Forum zur Veränderung der internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Und 1974 war es dann soweit, nach vielen langen und sehr zählen Verhandlungen, dass verabschiedet wurde eine Erklärung über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Wer erinnert sich heute eigentlich immer noch, wenn davon geredet wird, eine neue Weltordnung soll etabliert werden. Damals war das der Versuch, der mehrheitlich durch die UNO beschlossen wurde. Es gab ein Aktionsprogramm gegen den GATT, gegen den Freihandel und 1974, dann auch im Dezember, wurde die Charta der ökonomischen Rechte und Pflichten der Staaten verabschiedet, unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Eine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt stellt eine Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen dar und darf niemals als Mittel zur Regelung internationaler Fragen angewendet werden. Und auch nur eine weitere aus dieser sehr umfangreichen, sehr demokratischen Resolution. Jeder Staat hat die Pflicht, die Organisation, Anstiftung oder Unterstützung von Bürgerkriegs- oder Terrorhandlungen in einem anderen Staat und die Teilnahme daran oder die Duldung organisierter Aktivitäten in seinem Hoheitsgebiet, die auf die Begehung solcher Handlungen gerichtet sind, zu unterlassen, wenn die in diesem Absatz gesendeten Handlungen die Androhung oder Anwendung von Gewalt einschließen. Diesen Absatz sollte man eigentlich einrahmen und der US-Administration übersenden. Das ist eine zweite Epoche, an die ich erinnern will kurz, die sich unmittelbar daran anschließt. Denn mit der Unabhängigkeit ist zwar die politische Unabhängigkeit, aber noch nicht die ökonomische Unabhängigkeit erreicht. Und dieses war die nächste Aufgabe der UNO, die sie weit in die 70er Jahre hinein beschäftigte. Ich darf daran erinnern, 1964 schon, also mitten im Befreiungskampf, gab es die Gründung der UNCTAD, der United Nations Conference on Trade and Development, eine Organisation, die express ist verbis gegen das GATT, gegen das Freihandelsdogma des GATT, also sozusagen der herrschenden Wirtschaftsordnung gestellt wurde. Im Grunde ist sie ein Forum gewesen zunächst und ist dann auch als Organisation, als ein Organ der Generalversammlung gegründet worden. Sie ist ein Organ der UNO, ein Forum zur Veränderung der internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Und 1974 war es dann soweit, nach vielen langen und sehr zählen Verhandlungen, dass verabschiedet wurde eine Erklärung über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Wer ändert sich heute eigentlich immer noch, wenn davon geredet wird, eine neue Weltordnung soll etabliert werden. Damals war das der Versuch, der mehrheitlich durch die UNO beschlossen wurde. Es gab ein Aktionsprogramm gegen den GATT, gegen den Freihandel. Und 1974, dann auch im Dezember, wurde die Charta der ökonomischen Rechte und dann auch im Dezember.